Willkommen zurück. Kado, was ist in einem Schmiedkampf? Kommen Sie zurück in New York. Du kannst mich nicht zum Narren halten und verschwinden. Wir sind Jacky Escatado. Wie komme ich denn da ran? Wie komme ich da ran? An diese Tür? Ja, wir sind Jacky Escatado. Wie komme ich denn da ran? Ich muss das eigentlich aufmachen. Das ist schlitzig. Kuh. Doch, da kam man dran. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Und wir befinden uns... Wofür befinden wir uns? Ja, irgendwo schon wieder... Nee, aber nicht, was mich schon wieder nervt. Total. Ja, natürlich halte ich mich vom Licht fern. Shit, hier ist auch Licht, aber... Halt dich vom Licht fern. Ah, was haben wir denn hier? Haben wir hier Munition? Ich weiß, dass du hier bist, kleines... Ja, ich weiß auch, dass ich hier bin. Du bist die blöde Sau. Was haben wir denn hier noch? Eine Coop Bar 12. Bei meinem Leben, ein Fensterling. Ah, Munition, Munition, Munition. Wo ist er denn, die blöde Sau? Wo bist du hin? Wo ist er? Scheiße. Scheiße. Du bist ja ein richtiger Junge. Ich wollte schon immer einen Fett töten. Ah, die gehen wenigstens. Was ist das hier? Das kann ich dann knicken. Das ist nix. Das ist nix. So. Den haben wir aus. Herztanzieren werden wir auf alle Fälle brauchen. Da ist aber schon ja der nächste Generator. Das liegt Hammer aus. Ja, ja. Mach mal langsam. Wo ist hier hinten was? Was ist da hinten? Hier kommt doch... Was haben wir denn hier? Ach, die Scheißstühle. Was will ich denn mit den Scheißstühlen? So. Da haben wir eine Kiste, die wir nicht gebraucht können. Da kommen wir auch nicht weiter. So, was haben wir hier? Wenigstens kein Licht. Da ist mal über dem Dach. Haben wir noch irgendwas, was uns Sinn macht? Was wir mitnehmen können. Leider nicht. Doch, da ist eine Leiter. Können wir nicht jemanden auseinander nehmen? La. So, was haben wir denn hier? Luftfinsterling, Bodenschmetterer, Herzensteil, schwarzes Loch. Das haben wir doch aber schon. Dämonenklingen. Das haben wir doch auch schon. Dämonenklingen. Ätzendes schwarzes Loch. Ich weiß nicht, ob das wirklich... So, was haben wir hier? Schwarzer Schwarm. Killerschwarm. Killerschwarm hört sich da ganz gut an. So. Den Schwarm haben wir eh schon viel zu wenig eingesetzt. Deine Schwäche wird dich verraten. Es ist der Träger. Hab dich. Was ist das? Was ist denn das hier? Da ist einer mit dem Dings drauf. Geht das viel Neckung, meine Brüder. Ähm, wo ist denn hier meine Schrotflöten? Es ist der Wert. Die hätte ich ganz gerne mal lieber. Die ist mir lieber... Komm zurück! Wage es nicht, dich zu widersetzen! Du bist der Pfingst vor der Wegs. Hältest du nicht, was dich bewegt. Nein, der Pfingst an... Du blutest. Da ist... So. Der Karabiner will ich nicht. Ich bin hier in Aftab. Lauf! Weg von dem Licht! Ja! Ja! Wir sind etwas doch leicht im Stress herzverzehren. Wo ist denn unser Finsterling? Was ist denn mit dir los? Wo willst du denn hin? Hä? Finde den Generator, um die Lichter auf dem Dach auszuschalten. Ach, ich habe mehr Sprengstoff. Wo ist denn jetzt der Generator? Was ist das hier? Wo kann ich denn das reinwerfen? Ja, hm, wo ist der Generator? Der wird hier oben sein. Wo ist denn hier? Wo ist denn hier? Wo ist denn hier? Ja, ja. Machen wir mal langsam. Machen wir mal langsam. Der Generator ist hier drin. Ich brauche jetzt mein Herz. Ich gehe noch verraten. So, ja, 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 ich weiß. Aber wir müssen hier ja auch irgendwie... So, haben wir hier Munition. So. Was haben wir denn hier noch? Hier kommen wir nur durch. So, nu? Ähm, ja, ich bin auch in der Nähe. Ja, machen wir mal langsam. Wo ist er denn? Doch, kann ich wohl. Ich bin auch in der Nähe. Zeig dich, Wild. Ich gehe. Ich muss mehr. Da, da ist einer. Wo sind die? Was sind die? Mist, wie ich ja... Ja, komm mal her. So, den hätt ich. Den hätt ich auch. Den hätt ich auch. Was ist denn die blöde Sau? Mehr Deckung. Man lebt nur einmal. Ein Mensch. Ist da jemand? Kein Anzeichen von Gefahr. Hier ist nichts. Scheiße, ich bin getroffen. Keine Position schützen. Ja, das würde mich auch mal interessieren. Wo ist er denn? Er ist weg. Alles sauber. Suchen wir weiter. Da ist doch noch einer. Da ist noch einer. Ja, ich seh dich. Komm her. Dieser Raum ist sicher. Du kannst mich nicht zum Nahen halten und verschwinden. Möchte mir jemand helfen? Dir ist alles sicher. Das heißt, es ist so kalt. Wo willst du? Ja, das ist hier eine echt momentan leicht knüffelige Ecke. Muss ich da runter? Ich hatte gehofft, heute jemanden zu töten. Oh, zeig dein Gesicht, schöner Mann. Wo seid ihr? Wo ist der Feindling hingelaufen? Ja, das ist eine gute Frage. Wo müssen wir eigentlich hin? Bleib hier. Ich muss mit dir reden. Du wirst schreien, sterben, gehen und bleiben. Abbleiben. Wenn du nicht bist. Ein Mann ist in uns, wenn du nicht in der Unterströmung bist. Du wirst anzumachen, wenn du nicht in der Unterströmung bist. Du wirst anzumachen, wenn du nicht in der Unterströmung bist. Wir sind und nicht in der Unterströmung bist. Ich bin und nicht in der Unterströmung bist. Wie ist die Unterströmung? Ich bin hier. Woah! Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. So, meine Freunde, jetzt wird es aber langsam hier auch Munition. Ich brauche Munition. Ja, ja. Das ist das einzig konsequent, was hier wirklich problematisch alles ist. Wirklich die Munition. Kommen wir hier weiter? Ah, hier kommen wir weiter. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was für eine Aufgabe ich momentan machen muss. Was haben wir hier? Scheiß Kühe. Tja, da geht es raus. Was haben wir hier? Was? Hier haben wir erstmal nichts. Das Äffchen steht auf der anderen Seite. Mein lieber Freund. Okay, da unten ist ein Elkeree. Wie kommen wir da rein? Hier oben drüber. Da oben sind noch Essenzen. Aber wir haben ja nichts mehr. Wir haben ja nichts mehr. Dämonen klingt. Also, die Essenzen haben wir ja gar nicht mehr. Das haben wir ja alles. Ich glaube, mit den momentanen Essenzen können wir leider gar nichts machen. Wo willst du denn hin? So. Kommen wir hier drin? Ich will hier hin. Und da nach jedem, den du siehst, angekommen hast. Okay. Wo ist denn hier der noch? So, meine Freunde. Ist jetzt da unten endlich Ruhe? Das F ist schon unten. Hier ist es auch schon hell. So, hier ist Auto. Ich spüre es auch. Ja, ich weiß. Ich spüre es auch. Wo ist noch hier einer? Ah, ich habe hier überhaupt gar keine Waffen mehr, kein nix mehr. Was machst du jetzt? Ah, hier ist auf alle Fälle mal hier irgendwie ein Relikt. Jetzt... Wie soll ich denn die Tür aufmachen? Und vor allem bist du verrückt hier von... Ähm... Ja. Wie kriege ich denn die Tür auf? Wie kriege ich denn die Tür auf zum Teufel? Hier ist doch überall... Habe ich hier noch irgendwie... Oh, ich habe hier nix mehr... Äh... Öffne die Tür, mein kleiner Freund! Ich muss noch hier irgendwas ein bisschen mitnehmen, was man so brauchen könnte. Nee. Hier noch irgendwas. Kalaschnikow. Kann ich die noch irgendwie gegen die das hier eintauschen? Ja, ja, ich weiß. Gehe raus aus dem Licht. So, Freunde! Aber das alles hier ist das ja auch Banane. Aber das ist Munition, oder? Ist hier noch Munition? Nee. So... Garagentor ist auf. Wo zur Hölle bist du denn reingefahren? Äh... Das war gut gemacht. Das gibt dann zehn Punkte von mir. Finde Victor. Ja, finde Victor ist gut. Das ist die ganze Aufgabe, die ich die ganze Zeit hier mache. Hat er denn jetzt gespeichert? Glaubst du, ich wüsste nicht, dass die Finsternis dich und alle deine Handlungen verändert? Sie wird dich kontrollieren, wie sie es immer mit den Schwachen tut. Sie lässt dich Dinge sehen, nicht wahr? Wir haben hier die harte und die leichte Tür. Leicht? Gib mir einfach den Gral. Halt? Ich reiß dir den Gral aus den toten Händen. Hahaha, Jackie. Du hast Wahnvorstellungen, oder etwa nicht? Ja, so ganz gesund sind wir nicht. Wo müssen wir denn jetzt hier hin überhaupt? Dann gehen wir jetzt wieder hoch, das glaube ich aber nicht. Ich glaube mal, das sieht so eigentlich aus hier. Zehn. Ja, Leischnikoff, ja. Ist denn hier das verdammte Licht? So. Nein, nicht so. Nicht so. Nicht so. Wir müssen auf alle Fälle irgendwie dahinter her. Das hat ja keinen Sinn. Sonst geht es hier nicht weiter. Wo kommen wir jetzt hier nach links? Dann würde ich trotzdem sagen, an dieser Stelle machen wir erstmal einen Cut. Und ich muss mich mal etwas beruhigen. Ich habe mal gedacht hier, das ist ja langsam überhaupt gar keine einzig ruhige Stelle mehr in dem Spiel. Aber egal. Machen wir mal hier einen Cut. Ich danke mal für uns jetzt zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich würde mich freuen euch das nächste Mal wieder zu sehen. Bis dahin. Macht's gut. Bye, bye und ciao. Ja, es ist einfach nicht zu glauben, nicht zu schaffen. Wir kriegen diesen Victor nicht. Unendliche Wellen von Gegnern werden uns entgegengeschmissen. Und immer diese Unangenehmigen, die selbst so verschwinden können wie der oder die Leute mit dem Peitschen, dann nervt, nervt das Licht natürlich immer noch. Aber Victor entwindet sich unserem Zugriff. Wir können machen, was wir wollen. Das ist doch einfach nicht zu glauben. Irgendwo muss er sich doch mal hin zurückziehen. Denn ich bin mir ganz sicher, das Finale wird hier auch auf diesem Jahrmarkt stattfinden. Aber er verbirgt sich vor uns. Keine Ahnung, wo wir ihn finden werden. Aber es hilft ja nichts. Wir müssen weitersuchen. Mehr dann in der kommenden Folge hier auf dem Kanal. Bis dahin. Macht's gut. Bye, bye und ciao.